Ich sage, wenn Barcelona gut in Form ist und die richtig Bock haben, dann sind die einer der Top Champions League Favoriten, sage ich. So, und ich will, dass das jetzt geklippt wird und irgendwo festgehalten wird. So, ja, ja, ihr schreibt alle Lost und weiß ich nicht was. Letztes Jahr, als Real Madrid, als letztes Jahr Real Madrid gegen Sheriff Dingsda verloren hat. Und Real Madrid, wirklich, das war ja nicht mal so souverän, wie die da teilweise gespielt haben. Da haben irgendwelche Leute mal wieder über, sofort gesagt, übereifrig reagiert. Real Madrid ist scheiße, Real Madrid ist das. Und was ist passiert? Real holt die Champions League. Und dann haben diese Leute gesagt, oh ja, ich habe es von Anfang an gesagt. So, 19 zu 1 Tore in der Liga und Leute sagen minus 1. Ja, also wirklich, hast du auch, habe ich auch gesagt, habe ich auch. Das ist korrekt anders. Aber die Leute nerven jetzt. Also es ist halt, die Jungs, wenn Barca in Form ist, sind die einer der 5 Top Favoriten für mich persönlich auf die Champions League. City, Paris, Real, Barca und Bayern. Die 5. Bad Mansion Bei dir hat alles Hand und Fuß Du hast den Machen Blut Illegal Was du tust Du bist viel zu gut Bis zum nächsten Mal.